Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Crips, und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahre lang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hielt! Es hat mit denen nur ein schichtigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um Jahren alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und jetzt kommen Sie, was Sie sehen! Vielen Dank!